Als Nachbarn von einem seltsamen Geruch aus dem Haus einer 91-jährigen Frau belästigt werden, rufen sie die Polizei wegen der netten alten Dame. Was sie in ihrem Wohnzimmer finden, ist gruselig. Nach unzähligen Anrufen von Nachbarn wegen eines penetranten Geruchs traf die Polizei bei Jean Stevens ein, um den Vorfall zu untersuchen. Mit jedem Schritt in Richtung des Hauses wurde der Gestank stärker. Die Beamten Jones und Ramirez tauschten besorgte Blicke aus, als sie sich auf den Weg zur Veranda machten. Ramirez klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Es herrschte einige Minuten lang Stille. Dann schaute Jones durch das Fenster und sah die ältere Frau regungslos auf ihrem Stuhl sitzen. Vor Angst versuchten sie, die Tür zu öffnen. Erst mit einem Knarren öffnete sie sich. Der überwältigende Geruch schlug ihnen wie eine Wand entgegen, als sie zögernd eintraten. Das charmante Interieur von einem allgegenwärtigen Gefühl des Unbehagens dominiert und das Haus war dunkel. Als sie tiefer ins Wohnzimmer vordrangen, wirkte der unordentliche Bereich zunächst harmlos. Alte Möbel, Familienfotos und ein Bücherregal. Mrs. Stevens rief Jones in belegter Stimme und fragte sich, warum die Nachbarn sie wegen der alten Dame gerufen hatten. Jean Stevens drehte sich langsam zu den Polizisten um. Ihre großen, starren Augen schimmerten im schwarzen Licht und ihr schlanker Körper schien mit dem riesigen Sessel zu verschmelzen. Ein kleines Lächeln erschien auf ihrem faltigen Gesicht, als ob alles in Ordnung wäre. Ihre Stimme war leise und rau als sie sagte, Kann ich Ihnen helfen, Officers? Ramirez sagte vorsichtig, Ma'am, Ihre Nachbarn haben uns berichtet, dass aus Ihrem Haus ein sehr starker Geruch dringt. Wir möchten nur sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Jean lächelte etwas unsicher. Oh, der Geruch! Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Jones sah sich im Raum um und runzelte die Stirn. Der scharfe Kontrast zwischen ihrer ruhigen Art und dem beklemmenden Gestank des Ortes ließ ihnen die Nackenhaare zu Berge stehen. Jones trat zögernd einen Schritt weiter in den Raum, seine Stiefel knarrten auf dem alten Holzboden, während er versuchte, das aufsteigende Gefühl der Angst zu unterdrücken. Je weiter sie vordrangen, desto stärker schien der Gestank zu werden. Er war überall in den Möbeln, in den Wänden und sogar in der Luft. Ramirez war blass und hatte trotz der kühlen Luft draußen Schweißperlen auf der Stirn und Jones' Kopf drehte sich weg von der Schärfe. Der Gestank wurde zu viel. Also gingen Jones und Ramirez vorsichtig durch das Wohnzimmer. Als ob sie etwas wüsste, was sie nicht wussten, beobachtete Jean-Steven sie mit einem subtilen Lächeln, während sie seltsam regungslos auf ihrem Stuhl saß. Jones versuchte ruhig zu bleiben und er sagte, »Wir müssen die Gegend durchsuchen«. Mit dem Ärmel immer noch vor dem Gesicht und den Blicken über die unordentliche Einrichtung schweifend, nickte Ramirez. Er ging zur anderen Seite des Raumes, während Jones zur nächsten Couch ging und sich im dunklen Zimmer umsah. Die Couch war verblichen und blumig, mit Stapeln alter Zeitungen und gestrickten Decken, die überall verstreut lagen. Dann hielt Jones inne. Die Couch war seltsam, mit einer Beule unter einer der Decken, als ob etwas Großes und Unpassendes darunter lag. »Ramirez«, sagte Jones mit belegter, leiser Stimme. Ramirez folgte Jones' Blick auf die seltsame Form auf der Couch und schloss sich ihm mit weit aufgerissenen Augen an. Jones zögerte. Dann zog er vorsichtig die Decke zurück, während sein Herz raste. Beide Polizisten stolperten zurück, als der Stoff weggezogen wurde, ihre Augen weit vor Schreck und Ungläubigkeit. Das war nicht das, was sie erwartet hatten. Das angestrengte, flache Keuchen der Polizisten war das einzige Geräusch, das die eisige Stille durchbrach, die sich im Raum ausbreitete. Was sie im Wohnzimmer der süßen alten Dame gefunden hatten, war erschreckend. Jones Stevens war in der kleinen Gemeinde, in der sie den größten Teil ihres Lebens verbracht hatte, wohl bekannt. Trotz ihrer mangelnden sozialen Fähigkeiten war sie für ihre freundliche Art und ihr Zuhause bekannt, das voller alter Erinnerungen an ihre Vergangenheit war, insbesondere an ihren verstorbenen Ehemann James, einen angesehenen ehemaligen Militärkommandanten, der in turbulenten Zeiten gedient hatte. Einige Tage nach James' Beerdigung ereignete sich jedoch ein seltsamer Vorfall. Die Nachbarn sahen einen Lieferwagen vor Jeans Haushalten, An sich war der Anblick nicht ungewöhnlich, Menschen halten ja häufiger Lieferungen, diese war aber einzigartig. Die Männer, die die Fracht ausluden, schienen sich seltsam eilig zu bewegen und das Fahrzeug war groß, viel zu groß für etwas Normales. Durch Shans Haustür kam eine schwere Holzkiste, die unbeschriftet und unauffällig war. Viele der Nachbarn beobachteten das Geschehen von ihren Fenstern aus, ihr Interesse war geweckt, aber aus Rücksicht auf ihr Privatleben hielten sie sich zurück. Sie fragten sich, was in aller Welt sie nur wenige Tage nach dem Tod ihres Mannes erhalten könnte, vielleicht ein Stück Militaria? Sie hegten diese Vermutungen, aber niemand sprach Jean darauf an. In den darauffolgenden Tagen schien sich alles wieder zu normalisieren. Wie man es von einer trauernden Witwe erwarten würde, blieb Jean zurückgezogen und in ihrem Haus war es still. Aber nach ein paar Wochen begannen sich die Dinge zu verändern. Zunächst schwach begann ein seltsamer, unangenehmer Geruch aus ihrem Hause zu dringen. Die Ersten, die dies bemerkten, waren diejenigen, die ihr am nächsten wohnten. Sie vermuteten, dass es sich um ein totes Tier handeln könnte, das übersehen worden war oder um etwas so Triviales wie verdorbenen Müll. Zunächst dachten sie sich nicht viel und sprachen nur beiläufig darüber. Da Jean eine ältere Dame war, die alleine lebte, könnte es für sie seit dem Tod ihres Mannes schwierig geworden sein, den Haushalt zu führen. Im Laufe der Jahre lebte Jean weiterhin so friedlich wie eh und je, ihr Zuhause verlor jedoch mit jeder Jahreszeit, in der es mehr und mehr zugewachsen war, an Charme. Dann, fast zehn Jahre später, geschah es erneut. Das Dorf trauerte um Jeans Zwillingsschwester June, ein weiteres Mitglied der Familie Stevens. Obwohl June in der Gemeinde weniger bekannt war, weil sie einen Großteil ihres Lebens in einer nahegelegenen Stadt verbracht hatte, standen sich die beiden immer nahe. Nach der Beerdigung sahen die Nachbarn erneut einen großen Lieferwagen vor Jeans Haus vorfahren. Wie zuvor wurde er einige Tage nach der Beerdigung in einer großen, schweren Kiste geschickt. Diesmal kam er im Schutz der Dunkelheit. Das Geräusch von Rädern, die über die Auffahrt rollten, zog einige der Nachbarn an, die zufällig wach waren und aus ihren Fenstern blickten. Dann kam der Geruch zurück. Er war viel schlimmer als beim letzten Mal. Es roch so schlimm, dass es schien, als wäre die Luft selbst verseucht. Jeder in der Umgebung konnte den starken, sauren Geruch, der alles durchdrang, wahrnehmen. Das Unbehagen war zu groß, um es stillschweigend zu ertragen. Also begannen die Nachbarn wieder zu reden. Niemand konnte an Jeans Haus vorbeigehen, ohne zu würgen. Und wenn der Wind in ihre Richtung wehte, konnten sogar Menschen, die ein paar Blocks entfernt wohnten, die giftige Luft riechen. Der Gestank hielt an und wurde so stark, dass er sogar durch geschlossene Fenster drang. Es wurde unerträglich. Sie wussten nicht, wie sie Jean ansprechen sollten oder ob sie es überhaupt sollten. Einige boten ihr an, ihr bei der Reinigung des Hauses zu helfen, während andere rieten eine Reinigungsfirma zu beauftragen. Schließlich zwangen sie der anhaltende Gestank zum Handeln. Die Nachbarn taten sich zusammen und riefen schließlich die örtliche Polizei, um das Problem zu melden. Sie waren sich bewusst, dass etwas nicht stimmte, aber sie hatten keine Ahnung, was wirklich vor sich ging. Keiner von ihnen ahnte, dass diese Entscheidung zu einer schrecklichen Enthüllung führen würde. Als die Beamten schließlich die zerfranzten Decken abzogen, die die Sofas bedeckten, sahen sie unter den Decken die mumifizierten Körper von Jeans verstorbenem Ehemann James und ihrer Zwillingsschwester June. Ein Anblick, der so schrecklich war, dass beide zusammenzuckten. In einem abscheulichen Versuch, sie zu konservieren, waren ihre Körper sorgfältig gepflegt worden und Jean übergoss sie häufig mit teuren Parfüms, um den Gestank von verwesendem Fleisch zu überdecken. Sie hatte Jahre damit verbracht, unter den Toten zu leben und versucht, trotz des überwältigenden Gestanks von Verwesung, in der Nachbarschaft das Gefühl zu bewahren, dass ihre Lieben noch bei ihr waren. Der Tod ist für mich sehr schwer zu ertragen, sagte die Dame Tage, nachdem sie gefragt wurde, warum sie Leichen in ihrem Haus habe. Seltsamerweise wurde Jean Stevens nicht dafür belangt, dass sie die Leichen ihrer Schwester und ihres Mannes in ihrem Haus aufbewahrte. Nach einer umfassenden Untersuchung entschied sich der Bezirksstaatsanwalt gegen eine Strafverfolgung, nachdem er ihre starke emotionale Bindung und ihre besondere Art der Trauerarbeit erkannt hatte. Stattdessen wurde Jean in einem sehr ungewöhnlichen Schritt aufgefordert, eine private Krypta auf ihrem Grundstück zu errichten. Sie konnte ihre verstorbenen Familienmitglieder in dieser Krypta auf eine würdevolle und vor allem hygienische Weise beisetzen und so nahe bei ihnen leben. Jeans Entscheidung, ihre Liebsten in ihrer Nähe zu behalten, wurde schließlich respektiert und ermöglichte es ihr, ihr Leben in Gesellschaft, ihrer sorgfältig gepflegten Geschichte zu leben, auch wenn die Nachbarschaft wegen der bizarren Vorfälle immer noch etwas beunruhigt war. Was für eine Geschichte! Was hältst du davon, die Leichen von geliebten Menschen zu exhumieren und sie in deinem Haus zu pflegen? Was hättest du getan, wenn du einer von Jeans Nachbarn gewesen wärst? Vergiss nicht, uns deine Gedanken im Kommentarbereich unten mitzumachen. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angesehen hast. Bis zum nächsten Mal!